Ich denke, wir sollten das nicht als Entschuldigung benutzen. Obwohl es ist ein langer Flugzeug, aber wir sind alle professionelle. Wenn wir gut vorbereiten, sollte jeder auf 100% sein Körper sein. Ich denke, wir sollten vorbereiten, wie immer. Aber man muss sicher, man muss sich allen mehr beobachten. Obwohl, sie haben PRD, sie haben gute Spieler. Und heute in dem Video haben wir gesehen, dass sie eine gute Taktik haben. Sie sitzen ein bisschen, sogar bei Hause. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für die Liga. Das ist wahrscheinlich eine gute Chance für uns, um den Ball etwas länger zu halten, als in den letzten Spielen. Aber auf der anderen Seite haben wir eine sehr gute Transition. Vielleicht einer der besten auf der Ostkost. Wir müssen uns wirklich beobachten.